Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und im heutigen Video werden wir über die Transaktionsprobleme sprechen, die jetzt in der Solana Chain aufkommen und auch wenn du von deiner Main Wallet auf Spending Wallet, GST oder GMT oder auch Solana transferierst, dass diese auch nicht ankommen oder auch umgekehrt. Das werden wir gemeinsam einmal durchforsten, wo die Probleme dahinter stehen. Solltest du es nicht getan haben, folge mir gerne auf meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Das hörst du irgendwo überall, aber ich glaube, wenn du mir folgen solltest, dann wird dir Karma gut geschrieben. Und wenn du mir auf Twitter folgen solltest und ein Step-in-Code mir schickst per Nachricht, dann droppe ich immer mal wieder Codes rein, dann kriegst du nämlich auch Karma auf Lebenszeit. Und ich glaube, damit tut man ein Stück weit den Leuten was Gutes. Ich poste immer mal wieder auf meinem Twitter-Kanal hier und da die einzelnen Activation-Codes oder auch verlose die ganzen Codes, die ich dann bekomme, die mir von der Community gesponsert werden. Da nochmal meinen herzlichen Dank an alle, die mir die Codes geschickt haben. Ich weiß nicht, mittlerweile sind wir bei 20, 25 Codes, die ich jetzt in den letzten Tagen da reingedroppt habe, was auch wirklich geil ist und auch viele Leute random posten irgendwelche Codes unter Kommentaren und so. Auf jeden Fall folge mir gerne, wenn du keine Codes haben solltest und würde mich wirklich, wirklich wahnsinnig freuen. Aber wir gehen jetzt in die Thematik rein und erstmal die Solana-Chain. Also insgesamt gibt es ja zwei Ebenen, die wir auf jeden Fall in puncto Transaktionsprobleme so ein Stück weit begutachten müssten. Also der erste Punkt ist, dass wir in der Solana-Chain erstmal sind. Das heißt, Überweisungen von Börse auf Solana, beziehungsweise auf deine Phantom-Wallet hatten wir jetzt gestern krasse, krasse Verzögerungen, weil das Netzwerk komplett down war. Hier sehen wir das Ganze über statussolana.com. Da kannst du sehen, wie aktuell das Mainnet funktioniert. Grün ist gut, Rot nicht so gut. Und jetzt aktuell sind wir grün. Wir haben hier keine Issues, sonst würde das hier auch drinstehen. Das heißt, du kannst im ersten Schritt einfach mal gucken, wenn du jetzt auf einer Börse bist und gerne Geld auf die Phantom-Wallet schicken möchtest, ob es überhaupt Probleme in der Solana-Chain gibt. Wenn du jetzt wie hier siehst, alle Systeme sind gut und laufen wunderbar, kannst du davon ausgehen, dass die Transaktion, die du von deiner Börse auf deine Phantom-Wallet schickst, auch ankommt. So, jetzt müssen wir die zweite Ebene so ein Stück weit begutachten. Die zweite Ebene ist jetzt von der Phantom-Wallet auf deine Spending-Wallet. So, da hat Solana, also die Solana-Chain an sich mit seinen Bestätigungen nicht so viel am Hut, weil da gibt es eine Node. So, diese Node wird von Step-In selber betrieben. Soweit ich persönlich weiß, ich möchte keinen Quatsch erzählen, soweit ich weiß, ist das Ganze dezentral trotzdem. Also, es gibt eine Node, die dafür zuständig ist, die einzelnen Transaktionen von der Solana-Chain, also von deiner Main-Wallet, auf deine Spending-Wallet zu transferieren und auch zu bestätigen. So, das heißt, wenn du jetzt wie ich in der App bist, ich muss mein Handy rausholen, wenn du jetzt wie ich in der App bist und sagst, okay, ich habe jetzt zwei Solana auf meiner Main-Wallet und möchte jetzt diese auf meine In-App-Wallet, also die Spending-Wallet schicken, dann transferierst du das Ganze. Und aktuell berichten sehr, sehr viele Leute, dass man hier teilweise acht Stunden braucht, damit das Ganze überhaupt transferiert wird. Und diese Zeit, ne, also du brauchst keine Sorgen haben, dein Geld ist nicht weg, dein Geld ist nicht verloren oder sonst was. Dein Geld ist auf dem Weg von deiner Main-Wallet zur Spending-Wallet. Es wurde aber noch nicht bestätigt. So, und aktuell arbeitet das System sehr, sehr langsam. Ich habe so ein Stück weit miterlebt, dass diese einzelnen Transaktionen am Tag ungefähr, weiß nicht, alle drei Stunden oder fünf Stunden bestätigt werden, also in Tranchen gehen. Der eine berichtet, dass es wiederum viel schneller geht. Der andere berichtet, dass derjenige wieder acht Stunden warten muss oder sonst was. Also ich weiß halt nicht, wie die einzelnen technischen Bedingungen im Hintergrund auch sind. Deswegen, das Geld ist nicht weg. Es dauert halt nur super, super lange. Also wenn du dir jetzt von der Main-Wallet auf deine Spending-Wallet hin was transferierst, mach es am besten, bevor du schlafen gehst. Wenn du jetzt weißt, okay, ich möchte mir jetzt morgen einen Schuh kaufen oder einen Sneaker oder eine Schuhbox kaufen, wie auch immer, dann kannst du gerne, bevor du schlafen gehst, das Ganze ansteuern und dann, ja, sollte es am nächsten Morgen drauf sein. Also bei mir hat es, ich war heute Morgen draußen und habe meinen Run gemacht und ich habe mir 40 GST von der Spending-Wallet auf meine Main-Wallet geschickt und da hat es tatsächlich innerhalb von Sekunden geklappt. Also irgendwie ist da der Wurm drinne. Da hat aber auch Step-In selber gesagt, dass sie an diesem Problem wirklich aktiv arbeiten, weil es ist auf jeden Fall ein Punkt, der die Customer Experience halt zerstört. Das muss man so sagen, es zerstört die Benutzererfahrung, es stört das Spielerlebnis und letztlich auch die Qualität. Keine Frage, auch mich kotzt das sowas von an, wenn ich vielleicht mal drei Stunden warten muss oder so oder einen Trade nicht ausführen kann, wie auch immer. So, und der letzte Punkt, worüber ich nochmal, oder worauf ich eingehen möchte, ist, dass die Leute Solanas auf ihre Spending-Wallet schicken. So, wenn du auf der Spending-Wallet bist, dann ist ja diese Not für dich zuständig. Also die Not, die dann deine Transaktion bestätigt. Das heißt, wenn du in der App dann, ich sage mal, Solana in GST oder GMT jetzt swappen möchtest, das kannst du auch machen, wird das extrem lange dauern. Also das wird wirklich, wirklich extrem lange dauern. Teilweise gehen die Transaktionen gar nicht durch, weil einfach super schwierige Probleme auch mit einhergehen. So, da habe ich auf jeden Fall einen Trick für dich. Also Trick Nummer 17. Gehe einfach auf Orca. So, was ist Orca? Keine Sorge. Orca ist eine dezentrale Exchange. Es gibt mehrere. Es gibt auch Radium. Es gibt Serum. Aber Orca ist für mich tatsächlich die Börse oder die dezentrale Börse, wo es für mich am besten klappt. Und ich switche immer in meiner Main Wallet, wenn es jetzt darum geht, dass ich Solana in GMT oder GST switchen möchte, mache ich das in der Main Wallet schon. Und wenn ich dann die notwendigen GST oder GMT habe, dann transferiere ich die GST oder GMT direkt auf die Spending Wallet, weil ich einfach weiß, dass diese In-App-Swap-Funktion teilweise kompletter Schrott ist und einfach nicht funktioniert. Oder auch die Transaktionen nicht durchgehen. Und ich weiß auch selber nicht, wie viel, ob ich vielleicht mehr bezahle oder weniger. Weil wenn man so ein Stück weit vorausdenkt und man einfach weiß, dass super viele Menschen diese Swap-Funktion nutzen und in einem Moment wirklich sehr, sehr viele Leute GST zu Solana switchen oder umgekehrt, dann ist der Preisempfang einfach viel, viel höher. Deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht mehr für etwas bezahle, was ich weniger bezahlen würde oder den höheren Durchschnittspreis zahle oder den niedrigsten. Keine Ahnung. Deswegen mache ich das halt immer über Orca. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 2,6 Solana auf meiner Wallet und ich sage, ich brauche jetzt 30 GST. Wichtig ist, du brauchst auch USDC. Also ich habe 6 USDC auf meiner Main Wallet und da brauchst du halt wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Also es ist auf jeden Fall noch nicht viel. Ich glaube, 58 Cent Swap-Gebühren. 0,09. Und dann würde ich das Ganze jetzt swappen, würde das Ganze jetzt in meiner Wallet proven. Also ich bezahle hier tatsächlich 0,007 USDC. Stand hier jetzt gerade und jetzt 0,01 Cent. Aber würde das Ganze dann auf Proven klicken und dann hätte ich tatsächlich die Münzen schon drauf. Also und wenn ich dann in der Main Wallet selber bin, dann kann ich diese direkt von der Main Wallet auf die Spending Wallet übertransferieren. Und so ist es für mich ein Stück weit einfacher. Also ich bin nicht auf diese in-app Swap angewiesen, sondern mache das Ganze immer außerhalb. Also außerhalb des Step-in-Ökosystems, weil ich einfach weiß, dass Step-in da oftmals lange, lange Bestätigungszeiten auch hat und auch brauche. So, das war tatsächlich das Thema, was mir nochmal am Herzen lag. Also keine Sorge, Leute, das Geld ist nicht weg. Oder du kannst auch NFTs aus deiner Spending Wallet, in deiner Main Wallet hin transferieren. Das habe ich tatsächlich vorgestern geprüft. Es hat extrem lange gedauert, aber es ist angekommen. Also ich hatte dann mein NFT da, also das NFT ist nicht weg. Es ist nur weg, wenn du die falsche ID eingibst und die NFTs halt wie eine Transaktion verschickst und die ID ist falsch, dann ist natürlich dein Sneaker weg. So, den bekommst du auch nicht wieder. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du einfach mal einen Triple-Check durchführst, wenn du eine Transaktion anweist von deiner, ich sage mal jetzt Phantom Wallet, auf eine externe Wallet, dass auch die ID richtig sein soll. Weil ansonsten, Puff, ganz einfach. So, ich werde dich auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und wie ist eigentlich deine Meinung dazu? Natürlich, also die langen Bearbeitungszeiten beziehungsweise Bestätigungszeiten, die kotzen uns alle an, ganz klar. Oder ist dir vielleicht ein super Deal dadurch entgangen? Oder konntest du vielleicht nicht an diese Minting-Events teilnehmen, weil du einfach nicht die Möglichkeit hattest, da überhaupt Geld auf deine Wallet zu transferieren? Würde mich mal überaus stark interessieren, wie deine Erfahrung dazu ist. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, wünsche euch natürlich so viel Karma wie möglich. Und letzten Endes, feiert gut. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.